Hallo da draußen, ich bin Dede, ein professioneller Detektiv und das ist mein kleiner Helferding. Heute beschäftigen wir uns mit der gastroenterologischen Endoskopie, besser bekannt als Magen-Darmen-Spiegelung. Na dann schauen wir uns das mal an. Egal, ob du bald selber eine Magen-Darmen-Spiegelung bekommst oder einfach nur neugierig bist, wir erklären dir gemeinsam, was bei dieser Untersuchung so passiert. So eine Magen-Darmen-Spiegelung wird in der Regel von einem Gastroenterologen gemacht. Das ist ein Arzt, der sich mit den Organen im Bauch auskennt und sich zum Beispiel um die Verdauung kümmert. Um zu erkennen, was dem Patienten fehlt, muss der Arzt manchmal in den Körper hineinschauen. Zum Glück kann man das mithilfe eines Endoskops ganz einfach machen. Das Endoskop ist eine Kamera an einem Schlauch, die zusätzlich mit einigen Werkzeugen ausgestattet ist, die wir euch später noch zeigen. Bevor die Untersuchung losgeht, sollte der Patient für einige Zeit nichts essen, damit die Kamera freie Fahrt hat und nicht nur Essen sieht. Ein Abfüllmittel kann dabei helfen, indem es den Bauch durchspült und beim Saubermachen hilft. Die Untersuchung kann entweder über den Mund oder den Po gemacht werden. Damit man dabei nichts spürt, haben Ärzte ein Betäubungsspray für die Stelle oder geben ein Medikament, durch das man währenddessen schläft. Wie genau die Untersuchung durchgeführt wird, entscheidet der Arzt und am besten lässt man sich das vorher nochmal erklären. Na dann wollen wir mal loslegen. Ding! Schnappt ihr doch schon mal das Endoskop und fliegt los! Tutu! Auf diesem Bildschirm sehe ich gleich, was das Endoskop sieht. Hier sehen wir gerade einige wichtige Funktionen des Endoskops. Es kann Luft pusten, um Schläuche, wie zum Beispiel den Darm aufzupusten, damit man die Wände besser sehen kann. Und es hat eine Taschenlampe an Bord. Alles fit bei dir, Dingy? Juhu! Jetzt müssen wir nur noch durch den Magen bis zum Zwölffingerdarm. Juhu! Hurra! Dingy hat den Tatort gesichert und den Übeltäter gefunden. Hier sieht man, wie das Endoskop eine Zange benutzt, um Proben einzupacken, die später analysiert werden können. Und der Patient bekommt davon nicht mal etwas mit. Nachdem die Probe jetzt sicher ist, kannst du auch schon zurückfliegen, Ding! Tutu! Nachdem die Untersuchung fertig ist, kann es sein, dass man sich anders fühlt als vorher. Das ist ganz normal und nach einiger Zeit ist wieder alles beim Alten. Manchmal kann es sein, dass der Hals oder die Nase etwas beleidigt sind, wenn die Reise durch den Mund gegangen ist. Wenn man danach viel pupsen muss, ist das ganz natürlich, denn die reingepustete Luft muss ja wieder raus. Nach manchen Untersuchungen kann es sein, dass man danach für einige Zeit nichts essen darf. Das entscheidet dann der Doktor. Wenn man Medikamente zum Einschlafen bekommen hat, dann schläft man etwas länger und der Körper ruht sich noch ein wenig aus. Die Krankenschwester passt dann auf, dass man in Ruhe schlafen kann. Unser Job ist getan! Wir hoffen, du konntest etwas dazu lernen und hast verstanden, wie diese Untersuchung durchgeführt wird. Wenn noch etwas unklar ist, kann man einfach einen Arzt fragen. Nun ist es an der Zeit, sich zu verabschieden. Doch sei nicht traurig. Wir haben noch viele Antworten für dich parat. Dann bis zum nächsten Mal! Tschüss!